Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rocken! Ah, Mario Sunshine war ein geiles Spiel. Ich hab bloß das gehasst, wo du ohne die Wasserdüse diesen Dugel da verfolgen musst, also diesen Bowser, der sich als Mario ausgibt. Was ist das für eine Prinzessin, Alter? Junge, die hat ja einen Hals wie ein Ast. Den hängt noch das Klopapier aus dem Arsch. Super Mario! Fuck you! Was? Super Mario! Fuck you! Wieso sitzt man mein Flugzeug nochmal da? Ey, ihr geht schon wieder los, als ob's losgeht. Google, show me this guy's balls, please. Oh, die haben den Block nicht einfach umgetötet. Oh, die haben den Block nicht einfach umgetötet. Scheiße! Das können die doch nicht bringen! Und vor allem, da steht das Drubel unten. Hahaha! Hahaha! Deutschland jetzt so, er ist geflüchtet. Ist ja nichts Schildes. Hahaha! Wenn die Teleportation schief geht! Oh oh! Schummelt doch das Vieh! Hahaha! Ich find den Stil der Hintergrundzeichnung übelst geil. Ich frag mich, wie das gemacht wurde. Ja, also das war schon ganz schön brutal bei dem Mario, dass du den, einfach die Tentakel abziehst. Hahaha! Oh oh oh, voll zum Matsch! Hahaha! Hahaha! Wirklich Klamotten verloren! Hahaha! Hahaha! Äh? Oh oh! Ja, als ob, alter! Hahaha! Ja gut, das sind Sandblöcke! Hahaha! Aber komisch, die bleiben in der Luft. Das hab ich bei Minecraft aber auch schon erlebt. Die Sandblöcke bleiben einfach in der Luft, außer ich hau den untersten ab. Dann fällt alles runter. Hahaha! Gravitation fehlgeschlagen an dieser Stelle. Oh, das hab ich gehasst mit der Melone, alter! Mir ist sie bestimmt fünfmal kaputt gegangen bei dieser Mission. Haha! Oh! 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 Was hat er das denn gemacht?! Oh! Puh! Ja, hab immer einen Ersatz. Hä? Ja, das sieht geil aus, fall in die Nase! Hab immer einen Ersatz so nenríble dabei. Guck niemals in die Sonne, Mario so. Ja, es ist jahấte, ja. Guck niemals in die Sonne, Mario so. Guck in die Sonne, um ins nächste Level zu kommen. Hahaha! Sollte das so sein? Okay, ich dachte, jetzt kommt der Balken wieder raus. Oder ein neuer, besser gesagt. Das habe ich, die Mission habe ich auch gehasst, wo du unter Wasser den Vieh die Zähne putzen musstest. Ja, wie willst du da auch treffen, Alter? Okay, ich habe nichts gesagt. Yoshi! Ja, der macht! Er frisst Mario mit! Oh nein! Ich weiß nicht, aber diese Mission dort fand ich irgendwie cool. Wo das ganze Dorf, den ganzen Strand da reinigen muss. Ich bin zwar zweimal verreckt, aber ich kenne. Hä, das kenne ich gar nicht. Oh, Mann! Wo ist das? Ich muss echt mal weiterspielen. Ich habe es ja für den Switch. Halt's auf, Alter! Äh, naja, wenigstens hat er eine Ananas in der Hand. Und dran, der Wasser spuckt! Ja, Yoshi hat's nur als einzigen erwischt, Alter! Äh, du, 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 du! Ja... Ja... Du hast es doch chillig, Alter! Die chillen da Würde ich mich da retten lassen wollen? Ich weiß es nicht Voll dumm Ja gut, ich hab ne Stößer Das ist zwar trotzdem Luchi ist endlich angekommen Was, das war's jetzt? Ich glaube die Stadt ist jetzt unter Wasser Scheiße, keine Vorschau Boah, es blutet einfach Er hat's gut, er hat ne Sonnenbrille Die muss ja UV schon 2000 haben, Alter Junge, das war ein geiles Video, Junge Das war so krass Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir Diesen Verabschieden, ich bin damit raus Outro